Trump zieht in den Handelskrieg Die USA planen Importbeschränkungen für Stahl und Aluminium, die Ankündigung löst Besorgnis in der deutschen Wirtschaft aus. Sie fordert von der Bundesregierung klare Kante. Die von den USA geplanten Einfuhrbeschränkungen für Stahl und Aluminium haben in Europa und China für Empörung gesorgt. Die Bundesregierung sieht laut Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries keine Grundlage für mögliche Strafzölle auf Stahl. China drohte den USA mit scharfen Reaktionen. Unterdessen äußerten Vertreter der deutschen Wirtschaft ihre Sorge hinsichtlich eines möglichen Handelskrieges. Wir teilen die Einschätzung, dass europäische oder gar deutsche Stahlimporte die nationale Sicherheit der USA bedrohen könnten, nicht, sagte Zypries der Welt am Sonntag. Sie fügte hinzu, deshalb gibt es keine Grundlage für etwaige einseitige US-Importbeschränkungen für Stahl. Die Welthandelsorganisation und das Internationale Stahlforum seien die richtigen Plattformen, um das Problem globaler Stahlüberkapazitäten anzugehen, sagte die SPD-Politikerin. Die USA werfen China eine Überproduktion an Stahl vor. Peking warnte Washingun vor der Umsetzung der Pläne. Wenn die endgültige Entscheidung der USA China Interessen betrifft, werden wir die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um unsere Rechte zu verteidigen, erklärte Wang Heun, ein ranghoher Vertreter des chinesischen Handelsministeriums. Die USA sollen nicht leichtfertig Handelsbeschränkungen unter den lehnbaren Vorwand der nationalen Sicherheit erlassen, fügte Wang hinzu. Die Anschuldigung, dass es in China eine Überproduktion an Stahl gebe, sei grundlos und entsprechen nichts der Realität. In der deutschen Industrie lösten die US-Pläne Kritik und Besorgnis aus. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, forderte in der Welt am Sonntag, die Bundesregierung müsse klare Kante zeigen, falls die künftige US-Importpolitik nicht den Regeln der so entspreche. Die chinesischen Überkapazitäten sind für die Weltwirtschaft ein Problem, nicht nur für die USA, sagte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Dieter Kempf, der Zeitung. Strafzölle seien aber die falsche Antwort. Alleingänge der USA könnten entsprechende Reaktionen anderer Länder hervorrufen. Die Industrie wäre überfordert, wenn andere Länder ihre Märkte abschütten, sagte Hans-Jürgen Kirchhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der Welt am Sonntag. Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbands BKA, sagte der Zeitung, die deutsche Wirtschaft mit ihrer internationalen Ausrichtung würde sicher zu den Leidtragenden gehören, selbst wenn die im Raum stehenden Strafzölle sie nicht direkt betreffen würden. In einem am Freitag in Washington veröffentlichten Bericht an Präsident Donald Trump hatte sich US-Handelsminister Will Burroughs für eine Reduktion der Stahl- und Aluminiumimporte in die USA ausgesprochen. Als eine von mehreren Optionen schlug er vor, Importquoten für alle Einfuhrländer zu verhängen. Alternativ empfahl er einen generellen Zolltarif von mindestens 24% auf Stahlimporte aus allen Ländern sowie einen pauschalen Tarif von mindestens 7,7% auf die Aluminiumimporte. Möglich sind demnach auch besonders hohe Einfuhrzölle für Stahl- oder Aluminium-Exporte aus einzelnen Ländern, darunter China. Deutschland oder die EU wurden auf dieser Liste nicht genannt. Etwa die Hälfte des weltweiten Stahls wird von China hergestellt. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.